Nach der Ölkrise der 1970er suchte alle Welt nach einem Auto zum Spaß haben, das nicht zu viel Treibstoff verbrauchte. Der Volkswagen Golf GTI war die Antwort. Als Standard-Volkswagen war der Golf Nachfolger des legendären Käfers. Designer war Giorgetto Giugiaro, der besonderen Wert auf Effizienz und Gegenwert legte. Damit wurde der Golf zum Trendsetter für eine überaus erfolgreiche Reihe von Vliesheck-Automobilen mit Vorderradantrieb. Bei der Entwicklung des Golf GTI bauten Ingenieure bei Volkswagen auf vorhandenen Komponenten auf. Mit 108 PS, einem hochdrehfreudigen und agilen Motor, strafferer Aufhängung, karierter Innenausstattung und genobbtem Schaltknauf wurde der Wagen zum weltweiten Verkaufsschlager. Über sieben Modellzyklen hinweg wurde der GTI mit mehr Sicherheitseinrichtungen, zusätzlicher Technologie und Leistung ausgestattet und ist der Maßstab, an dem sich alle anderen Hot Hedges orientieren müssen. Untertitelung des ZDF, 2020